Hallo und herzlich willkommen! Wir setzen heute unsere Reihe zu den französischen Grammatikvideos fort und haben für euch die Possessivbegleiter dabei. Nachdem es hier eine ganze Menge gibt, gibt es zwei Videos. In diesem Teil erklären wir euch, was ein Possessivbegleiter eigentlich ist und dann haben wir noch die Possessivbegleiter im Singular. Werfen wir also zuerst einen Blick auf die Frage, was ist ein Possessivbegleiter und wir beginnen hier mit einem deutschen Satz. Das ist mein Hund. Mein ist ein Possessivbegleiter. Und jetzt sehen wir uns an, welche Informationen in diesem Begleiter enthalten sind. Possessiv, das bedeutet Besitz. Wessen Hund ist es? Wem gehört der Hund? Das ist mein Hund. Außerdem handelt es sich hier um einen Begleiter. Das sagt ja schon der Name Possessivbegleiter. Das mein kann nicht alleine stehen. Es muss ein Nomen nachfolgen. Hier der Hund. Selbstverständlich kann ich sagen, das ist meiner Punkt. Ich ziehe also das Wörtchen Hund in den Possessivbegleiter hinein. Das ist aber dann kein Possessivbegleiter mehr. Das ist ein Possessivpronomen. Und hier geht es um die Possessivbegleiter. Ich habe also Hund als Nomen, das nachfolgt. Und an dieses Nomen passt sich mein Possessivbegleiter auch an. Und zwar in Genus und Numerus. Genus, das bedeutet Geschlecht. Männlich, weiblich. Im Deutschen auch sächlich. Und Numerus, das bedeutet Zahl. Singular oder Plural. Ich kann ja auch sagen, das sind meine Hunde. Also, Possessivbegleiter drücken Besitz aus, müssen ein Nomen begleiten, können nicht alleine stehen. Und an dieses Nomen passen sie sich auch grammatikalisch an. Und mit dieser Information gehen wir ins Französische und beginnen mit den Possessivbegleitern für die erste Person Singular. Das ist also die mein, meiner, meines. Wir haben im Französischen hier Carlo et mon chien. Carlo ist mein Hund. Chien ist Singular und männlich. Und mon ist der Possessivbegleiter für Nomen, die Singular sind und männlich. Carlo et mon chien. Carlo ist mein Hund. Die weibliche Form ist ma. Lisa et ma copine. Lisa ist meine Freundin. Copine ist Singular und weiblich. Und ma ist der dazugehörige Possessivbegleiter. Und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit. Wir sagen Lisa et mon ami. Nun, ami ist hier ganz klar weiblich. Es hat ein e am Ende. Und Lisa ist ja außerdem ein Mädchen. Und trotzdem verwenden wir hier den männlichen Possessivbegleiter. Warum ist das so? Die Regel ist ganz einfach. Stelle nicht ma vor Vokal. Das müsste nämlich sonst heißen Lisa et ma ami. Da stolpert man beim Sprechen drüber. Und jedes Mal, wenn man beim Sprechen stolpert, da hat die französische Sprache etwas dagegen. Also, merkt euch. Wir verwenden den männlichen Possessivbegleiter Auch für weibliche Nomen, wenn sie mit einem Vokal beginnen. Also, mon oder ma für die erste Person Singular. Für die zweite Person Singular, das wäre so die dein, deiner, deines, haben wir im männlichen Ton. Carlo et ton copain. Copain ist natürlich Singular und männlich. Und hier lautet unsere Form ton. Lisa et ta copain. Lisa ist deine Freundin. Copain Singular und weiblich. Und hier haben wir ta. Und selbstverständlich haben wir auch wieder Seton ecol. Ecol ist ein weibliches Nomen im Singular, beginnt aber mit einem Vokal. Wir hatten das hier gerade schon bei der ersten Person Singular. Und wir marken uns, stelle nicht ta vor Vokal, sondern verwende den männlichen Possessivbegleiter. Carlo et ton copain. Carlo ist dein Freund. Lisa et ta copine. Lisa ist deine Freundin. Und weiter geht es mit der dritten Person Singular. Carlo et son chien. Carlo et son chien. Was bedeutet das eigentlich im Deutschen? Das kann bedeuten, Carlo ist sein Hund. Kann aber auch bedeuten, Carlo ist ihr Hund. Das geht beides. Wir erkennen also beim französischen Satz nur aus dem Satzzusammenhang, was hier eigentlich gemeint ist. Carlo et son chien. Carlo ist sein Hund. Oder Carlo ist ihr Hund. Lisa et sa copine. Also haben wir hier sa. Und das dementsprechend im Deutschen. Lisa ist ihre Freundin. Oder Lisa ist seine Freundin. Copine ist weiblich und Singular. Und im Deutschen haben wir hier zwei verschiedene Wörter. Nun, im Französischen gibt es eben nur eines. Lisa et sa copine. Und wieder brauchen wir den Satzzusammenhang, um zu erkennen, welches wir eigentlich übersetzen müssen. Und selbstverständlich gilt hier auch wieder, bei Nomen, die Singular sind und weiblich und die mit einem Vokal beginnen, verwenden wir den männlichen Possessivbegleiter. Zum Beispiel Sonny Goll. Und wir gehen in die erste Person Plural. Carlo et notre chien. Carlo ist unser Hund. Singular männlich. Le chien. Und ebenso Lisa et notre copine. Lisa ist unsere Freundin. Wir sehen also, im Französischen haben wir für die erste Person Plural nur einen Possessivbegleiter, wenn ein Nomen im Singular nachfolgt. Und es ist nicht relevant, ob dieses Nomen männlich oder weiblich ist. Carlo et notre chien. Lisa et notre copine. Unser Hund. Unsere Freundin. Im Französischen jeweils der gleiche Possessivbegleiter. Und das gilt auch für die zweite Person Plural. Carlo et votre chien. Das haben wir dann im Deutschen. Carlo ist euer Hund. Aber Vorsicht! Das kann auch heißen, Carlo ist ihr Hund. Und zwar, wenn wir höflich sein wollen und eine Person siezen. Carlo ist ihr Hund. Oder Carlo ist euer Hund. Dann sind es natürlich mehrere Personen. Und die weibliche Form? Lisa et votre copine. Copine ist Singular und weiblich. Heißt, Lisa ist eure Freundin. Kann aber auch heißen, Lisa ist ihre Freundin. Und zwar, wenn wir eine Person höflich behandeln und sie siezen. Lisa et votre copine. Lisa ist ihre Freundin. Aber wir sehen, auch hier gilt, für die zweite Person Plural gibt es im Französischen nur eine Form für den Possessivbegleiter. Votre chien, votre copine. jeweils das gleiche Wort. Und im Deutschen euer Hund, eure Freundin. Zwei verschiedene Wörter. Und jetzt brauchen wir noch die dritte Person Plural. Lissi et leur chat. Das heißt, Lissi ist ihre Katze. Le chat ist Singular und männlich. Und das Leur bedeutet hier, wir haben zwei Besitzer. Aber nur eine Katze, also Singular und männlich. Und die weibliche Form ist ebenso Leur. Belle et leur souris. Belle ist ihre Maus. La souris, Singular weiblich, aber der gleiche Possessivbegleiter, Leur. Wir merken uns also, für die dritte Person Plural, haben wir im Deutschen zwei verschiedene Possessivbegleiter. Ihre Katze, ihr Hund zum Beispiel, aber im Französischen nur eines. Lissi et leur chat, ihre Katze. Belle et leur souris, ihre Maus. Und chat ist männlich und souris ist weiblich. Wichtig ist, wir müssen uns merken, das wird dann gleich im zweiten Video dann nochmal wichtig, es gibt mehrere Besitzer. Hier oben eben, ihre Katze. Es sind ja zwei Besitzer da. Soweit die Possessivbegleiter, wenn ein Nomen nachfolgt, das im Singular steht. Und weiter geht's jetzt mit dem zweiten Teil. Und da haben wir für euch die Possessivbegleiter, wenn ein Nomen nachfolgt, das im Plural steht. Also, a bientot, seht es euch an.